Audio-Post. Geklickt. Gehört. Unsere Welt wird immer smarter. Smartphone, Smartwatch, Smart-TV, smarter Kühlschrank. Aus unserem Alltag sind digitale Geräte und Vernetzungen nicht mehr wegzudenken. Aber wie sicher sind unsere smarten Gadgets? In der EU heißt es, man habe alles im Blick. Aktuell wurde der Cyber Resilience Act, kurz CRA, verabschiedet. Der ab 2027 sicherstellen soll, dass Produkte in der EU bestimmte Sicherheitskriterien erfüllen. Andreas Wiesler weiss, welche Gefahren die neuen Standards abdecken sollen. Praktisch jede Software hat Schwachstellen. Und da spielt es auch keine Rolle, ob das ein Kühlschrank ist oder sonst eine Applikation. Dies kann durch Zeitdruck oder Entwicklungsfehler passieren. Und diese werden früher oder später gefunden. Und ab diesem Zeitpunkt bin ich in Gefahr, gehackt zu werden. Und genau dies will die EU verhindern. Es geht also um Mindestanforderungen, sagt der Experte für Computersicherheit. Die Hersteller haben die Pflicht, ihre Produkte regelmässig auf Schwachstellen zu testen. Zudem sind sie verpflichtet, während mindestens fünf Jahren Updates zu liefern. Andreas Wiesler ist Inhaber der Firma GoSecurity. Ihm ist bewusst, dass der digitale Wandel ein unaufhaltsamer, stetiger Prozess ist. Deshalb ist er sich sicher, dass die Gefahren bis 2027 schon wieder neue und andere sein werden. Daher gilt es, bei der Entwicklung Security-Anforderungen einzuhalten. Während der gesamten Lebenszeit müssen Produkte überwacht und getestet werden. Hersteller sind zudem verpflichtet, Schwachstellen an die Behörden zu melden und die betroffenen Nutzer zu informieren. Diese Mindestanforderungen von Cyber-Sicherheitsstandards einzuhalten und damit zu werben, ist für Unternehmen auch ein gutes Verkaufsargument. Schliesslich steigert es das Vertrauen von Verbrauchern in digitale Geräte. Aber Achtung, es gibt drei Kategorien und bei der tiefsten ist es nur eine Selbstbewertung und eine Selbsterklärung. Es gilt daher zu hoffen, dass die Anbieter ihre Verpflichtung auch ernst nehmen. Andreas Wiesler berät mit seiner Firma GoSecurity Firmen und Privatkonten. An sie appelliert er, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Deshalb berät der Experte Folgendes. System und Programm immer aktuell halten, das heisst Updates zeitnah zu installieren. Nutzen Sie unbedingt ein Antivirenprogramm und eine Firewall. Seien Sie besonders vorsichtig bei unbekannten E-Mails oder auch QR-Codes.